So, zwischendurch, gibt es jetzt nochmal einen kleinen Film? Das ist aber kein Film im eigentlichen Sinne, das ist eigentlich mehr ein Musikvideo, kann man sagen. Genau, so ist es. Ich habe mir das eigentlich schon einmal angeguckt und ich muss sagen, ich war sehr begeistert davon. Wir haben eine unglaubliche Inszenierung und Aufmachung von einem Energiesparrett, ebenfalls wieder von einer vierten Klasse. Ich war von der Grundschule Merian in der Kategorie Song, wenn man so kategorisieren möchte. Haben aber gleich noch ein Musikvideo mitgeliefert. Viel Spaß beim Mitwippen, Mitsingen, Mittanzen. Viel Spaß! Grüne Pille auf, grüne Schuhe an. Wir sind die Energiespar-Checkern, checken die Bahn, Energiespar-Kart. Energiespar-Checkern, Sparen, Energie. Bist du 80%? Vergiss das nie. So, tausch den Glühbirn aus, bei Riespar-Checkern draus. Und Kerzen werden noch viel besser für den Energieforfer. Die Kinder sind im Klassenzimmer und kümmern sich gerne um. Draußen ist schon lange hell, die Lampeläufe sind immer noch drin. Gehen die Kinder in Pause raus, spätestens dann, heißen, macht das Licht, endlich aus. Musik Wir sind die Energiespar-Checkern, checken die Bahn, Energiespar-Kart. Musik Wir sitzen ab dem Sofa rum und checken den Team Unserum. Doch der teure Struck ist rassisch, schalten den Computer aus. Besser ist, den gehen raus und laden den Computer aus. Spielen mit Leuten ist nicht teuer. Komm, wir machen Ladefeuer. Musik Es ist Abend, wir wollen jetzt endlich schlafen. Musik Doch davor denkt dran, denn die Geräte sind noch an. NG3 Computer, Radio Internet, ich zieh nicht selber raus, dann sind sie wirklich richtig aus. Musik Grüne Brille auf, grüne Schuhe an, wir sind die Geräte. Die Energiespar-Checkern, checken die Bahn, Energiespar-Kart. Musik Ja, wo seid ihr denn von der Median-Kohlen-Schule? Freut. Jawoll. 5.000 Euro für euch. Einen Ulmer Umwelt macht Schulespatz. Und weil ihr schon alle grüne Schuhe habt, bekommt ihr von euch noch einen Kinogutschein. Applaus So, aber euren Ulmer Schwarz und die Kinogutschein holt euch am besten hier oben ab. Lasst bitte noch Platz für Matthias Berz, der Stadtwerke Ulm, der euch alle nochmal loben möchte. Ganz herzlichen Applaus für Matthias Berz. Applaus Ja, was passt besser zur SWU als euer Rap? Ihr mit euren grünen Schuhen als Botschafter dieser Idee, die auch die SWU hat. Der Schuh ist ein Symbol für genau das, was ihr in eurem Projekt macht, nämlich Ideen sammeln für eine bessere Umwelt. Und ganz großen Glückwunsch zu dieser Geschichte. Das war ein Videoclip, trickreich, ideenreich, eigentlich auch ganz aufwendig mit dem vielen Text. Da habt ihr einiges üben müssen sicher. Und dafür vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Und ich habe noch eine Idee. Ihr wisst doch vielleicht, die SWU hat ja einen eigenen Song komponieren lassen. Von dieser Sängerin Siyu. Und wir organisieren das, dass die mal mit euch zusammen was einstudiert. Wow! Applaus